... und Zauberei, nein, Sie sind auch von schönen Trauen, also mit den Trinken, das kommt ja daher, weil die Wohnstube der Nieren die Papps sind. Und da trinkt man natürlich was, erzählt die Neuigkeiten und da entstehen auch dann die Lieder über Geschichten, die es so im Leben gab. Ein Bauch, der schon ganz Irland durchkreuzt hatte, kam in den Norden Irlands in die Grafschaft Gaumen. Da kam ein wunderhübsches Mädchen entgegen, mit braunen Augen und braunen Haaren. Sie kam so barfuß an und ist das eine Hilfe? Und er fragte den Nächsten, der vorbeikam, weil er nicht diese lübsche Dame sei und der sagte ihm, das ist Rosi, die Ketten, der Scherb von der Grafschaft Gaumen, sie ist der Edelstein von Irlands Krone. Ja, und zur Herbstmesse, da wollte er selbst schon kosten lassen, wollte nicht mehr rauchen, kein Pferd reiten, bis er es wie das Braut an seiner Feuerstätte, an seinem Kapitän hat. Ob er sie kriegt, dann wissen wir nicht. Wir sind jetzt Star of the County Down. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020